Drei Alien-Bauhacks in Minecraft. Wir starten mit einem super süßen Mini-Raumschiff. Das bauen wir aus Quarz und Diorit. Sobald wir die Basis für das Raumschiff gelegt haben, platzieren wir grünes Glas in die Mitte und ein paar Knöpfe außenrum. Jetzt kommt Blitzableiter als die Kanonen. Und unten fügen wir aus grünem Glas einen Laserstrahl hinzu. Der arme Villager. Als nächstes kommt ein kleines, süßes Alien. Ihr braucht nichts weiter als Beton, Hebel und Glas. Außerdem craften wir noch einen Banner mit etwas Farbstoff, das ein gefräßiges Alien darstellt. Jetzt kommt noch eine Antenne auf den Kopf. Dieses kleine Raumschiff verfolgt mich in meinen Träumen. Wir bauen uns aus Quarz, platzieren einen Rüstungsständer rein und etwas Glas. Das schieben wir dann mit einem Kolben runter, platzieren außerdem ein paar Teppiche und wieder Blitzableiter und Köpfe als Laserkanonen.